Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Trouble in Terrorist Town. Wir sind mal wieder in der U-Bahn unterwegs und mit dabei sind heute... ...Crabz One! Wer traut sich? Ja, Crabz One und Nephias und wer dem ist... ...Anne, Nymus, Heuchokuk, Grants und Dalukat. Hallo! Moin Moin! Ich hab vergessen meine Webcam zu starten, aber ist jetzt egal. Der gute Marv Zockus. Was?! Kein Textwaffen mehr. Oh Gott. Ich wurde vorhin schon bewundert, wie kann das sein, dass du Trouble in Terrorist Town mit Push-to-Dog spielst? Und jetzt versaube ich hier gleich in der Erde für Runde. Ja, siehste. Das hast du nicht gefunden! Ja. Ich geh jetzt schlafen. Irgendwie in diesen komischen Gang nicht rein. Bist du Traitor, Nephi? Oh nein, bin ich nicht. Wie viele Traitor haben wir denn überhaupt? Ganz sicher? Zwei Traitor hier sein. Okay. Woher weißt du das so genau? Ich glaube, ich weiß, wer es ist und zwar... Wer nimmst du, Traitor? Ah, Hilfe! Ich werd von da liefern voll. Warum hast du geschossen, Traitor? Weil ich wollt gucken, was die da unten schreien. Ich glaube, wer dem ist, ist Traitor. Was? Leute, wenn ich jetzt sterbe... Ich hab nämlich bei Wer dem ist, guck mal, guck mal über meinen Kopf her, Detective. Ne heuliche schmeißt er nach mir! Was denn? Was denn? Was denn da? Ich bin runtergefallen wegen dir, Dren. Ich sterbe. Ach, du auch? Liegt hier alles in die Luft? Wer dem ist? Doch, weil du mich runtergeworfen hast. Ja. Ich komm mich auch. Lauf doch! Lauf, 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 lauf! Ladies first. Alter. Horshi is it. Albtot. Detective. Ich weiß, ich meinst ja, ich könnte. Ich weiß, ich weiß. Mit dem ist es wounded? Mit dem ist es wounded? Ich seh nix. Ja, wegen der scheiß Brandnacht, die da geflogen ist. Wow. Wie ist der komplett weiß? Oh. Jeder hat ja gesnipert. Das war Granz, weil ich weiß, dass er eine hat. Was? War ich auch. Ja. Und Anne spricht nicht mal komisch, he? Alle tot? Ja. Ja, ich lebe aber noch, keine Angst. Ja, die beiden sind... Alle ist tot, Anne. Sind beide. Ey, wenn hier jemand reinkommt, kriegt der ein Fass aufm Kopf. Nefios. Mit dem ist Sneak hinter mir her. Gar nicht wahr. Bist du Trader, Alokard? Ja. Nein. Wie immer. Ja oder nein? Scheide ich jetzt. Nein. Ich glaube nicht. Glaubst nicht, okay. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Achso, okay. Nein, Anne! Oh! Da hat jemand... Anne hat jemand gerufen. Ich hab Dalu gehört eigentlich, wenn die eigentlich... Nein, nein, nein. Ich hab Dalu... Weder dem seitdem hat sie erschossen. Warte. Ich hab Dalu gesehen. Alter, kein Mensch hat nur auf dem D genannt. Sag ich doch, Anne. Ich hör immer Dalu. Ich hab Dalu gerade gehört. Ich hab Dalu-Phobie. Weißt du doch. Das ist der Schutzmechanismus. Weißt du, dem ist es Dalu. Hab ich da etwa einen Dalu? Wow! Die Slow-Mo! Genau wo ich in meinem Zug bin, ey. Scheiße. Danke. Ich hab Dalu gekillt. Ich hab Dalu gekillt. Da. Das war's nämlich. Dalu hatte die McTen... Quatsch, nicht die McTen. Die Deagle. Und ich ne McTen. Er konnte nur einmal schießen und ich konnte ihn in aller Ruhe abknallen. Ja, ich hab leider auf den anderen geschossen. Ach Dalu war's doch, okay. Ach Dalu war's doch, okay. Ich hab von Crabs the Kill teilneutig. So. Schön den Slow-Mo-Effekt noch bemerkt, ey. Sogar als Spectator kriegst du den, ey. Wieso bist du nicht eskaliert am Anfang? Was? Das war's nicht wert, dich da zu erschießen. Wieso gleich den Besten? Wieso gleich den Besten? Keine Herausforderung. Vielleicht geht das schon so los, das war zu leicht. Verzieh dich da. Ich muss da durch. Ich muss mir die Deagle holen. Ich wollte die blöden Shurikens nutzen, aber eigentlich hast du gar keine Chance dazu. Oh, oh! Oh! Da musst du aufpassen, ne? Ich hab's überlebt. Mach's den nicht geräusch oder mach's den lautlos? War fast lautlos. Hey! Nefias, verfolgt mich! Hallo, Kratzer. Hallo, hier verdächtig. Hallo, Anne. Nefias hat auf mich geguckt. Hallo, Anne. Ja, ich bin Detektiv, ich darf gucken. Okay. Ah, Dalo hat mich geschlagen. Hab dich auch gern. Oh nein, der Taser ist wieder mit am Start. Nein. Anne wirfst du da ab um dich. Stimmt, der Taser. Leute, ich bin Traitor, ich lass den Zug jetzt entgleisen. Ich leg hier ne Falle hin für den Zug. Oh, Betty, weißt du da was Smoking an der Wand dran? Hast du nicht aufgepasst? Da steht da was Smoking. Ja. Das war ja auch Anne. Das war Anne. Ich hab nicht geraucht. Oh shit, ich kann das Bett hier nicht. Hast du geraucht? Ich hab nicht geraucht. Anna, hast du geraucht? Ich hab schon lange aufgehört. Ey, wo seid ihr hingegangen? Nein, Mama, ich hab nicht geraucht. Nein, Mama, das ist kein Gras. Nein, Mama, das ist kein Gras. Das ist kein Gras. Nein, Mama, das ist kein Gras. Ich glaub, Anakin ist es. Warum? Weil sie da über Drogen redet? Ich bin nicht tot dafür. Anakin? Ja, immer diese Drogen. Was ist der Marv? Die sind doch, die sind doch alle. Das sind die Drogen. Das sind die Drogen. Das sind alle. Da ist Grans? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich weiß wo. Ich meine diese Leute, die auf dem Behindertenparkplatz stehen. Ja. Ey, wer hat mich geschossen? Ich hab ihn angeschossen. Wer dem ist, war's. Wer hat mich geschossen? Wer hat mich geschossen? Der was denn jetzt? Der was denn? Wie geil, ihr schreit. Warum ist alle auf einmal grün? Ich wurde gepäusent. Ich wurde gepäusent. Das ist so ein Craps-Ding. Ich glaube Marv war's. Ich sterbe ich jetzt, oder? Marv hatte vorhin eine Pistole da. Du stirbst auf jeden Fall, außer Detective Feil dich. Ja, meine Diegel. Du ist cool aus auf jeden Fall. Heil mich. Alles sieht cool aus. Ich hab keine Punkte. Ey! Was machst du hier? Ich werfe Granaten. Ja natürlich, er hat Granaten geworfen. Ja und das ist doch nicht verboten. Natürlich ist das einfach. Ja genau, die Brandgranaten. Ja weil, die hat Dalu an den Kopf gekriegt. Aber kannst du doch an den Sternen? Ich glaube nicht, oder? Ich bin gleich tot, Leute. Du kannst aber gar nicht sterben. Doch, kann er. Er kann sie. Aber du musst ihn heilen. Schnell weg hier. Ich hab keine Lieblende. Ach. Dann tasern sie vielleicht. Vielleicht überlebt sie das. Taser sie. Taser sie. Taser sie. Der Gifffekt ist weg. Der Gifffekt ist weg. Es ist nur zu deinem Besten. Du musst nicht tasern. Ein Wunder. Kramps wollte drauf schießen. Warum? Ich hab mal daneben geschossen, okay? Taser mich nochmal. Gib mir den Shit. Erfine Fried. Okay, ich hab schon. Alle lebt noch. Alle lebt noch. Wir müssen sie jetzt so lange tasern, bis sie geheilt ist. Bis sie das Gifffekt aus dem Krampf. Erfine Fried. Hey, da war ich nicht, ich hab die Smoke geschmissen. Okay, heute schießt auf mich. G ends up. Er hat beide geschmissen, die heilige und die Glidsmog. I, yes, yes, yes. Erster Gestand erschießt ihn. Ich hab nicht. Ich bin es schon. picnerat. Granate. Ich hab neben dir, Grenz, wann machst du das denn? Ach man. Aha. Ich bräuchte Muni irgendwie. Trader Boy! Gibt alle immer noch? Nein, jetzt sind sie mittlerweile vergilt. Lass dir mal, ähm... Wack sie unterm Zug oder so. Ist der schon tot oder was? Achso, anders gestorben. Oder wie oder was? Der Krabs, der sieht auch verdächtig aus. Ja genau, weil ich ja auch den Traitor erschossen hab. Achso, ja dann bist du weniger verdächtig. Du kannst nicht sein und ich bin's auch nicht. Hat er übrig? Wer hat das gesagt? Bäm bäm. Suchst du ne Waffe her, Traitor? Wenn ich tot bin, ist es Marv, Leute. Wenn ich tot bin, ist es Marv, Leute. Ich hab keine Waffe mehr. Ja nein, wenn du tot bist, ist die Runde zu Ende, mein Freund. Ich bräuchte mal ne Waffe irgendwie. Komm mal, mach doch mal was Verdächtiges. Immer die. Dann waren die Aufnahmen heute schön. Wo bist du Marv? Wer hat eh mal selbst noch? Der wollte sie wollen. Er kann nichts mehr machen. Wo ist wer dem ist eigentlich? Weiß ich nicht. Egal, der ist eh nur hier. Hier ist der Traitor. Immer noch wounded. Aus irgendeinem Grund. Ja, die Brandgranate immer noch. Ja, bei mir auch. Jetzt sagen sie alle. Das war Craps. Er hat den Poison Dart gezündet. Marv ist es. Marv? Hab ich Marv doch richtig verdächtigt. Ich muss nachladen, lass mich in Ruhe. Oh, ist das geil aus. Voll wichtig, dass das Vergriffen durch den Chaser gegen gehalten wird. Kurzzeitig geschehen. Ja, man wird ja sogar geheilt. Ja, da war so ne Bombe dabei. Ne, Defi hat er. Marv kommt zurück. Ja, ich hol ihn. Marv kommt zurück. Schade. Echt? Sogar noch ein Defi gehabt, der Schlingel. Ja, ich hab dich gesucht, aber die haben... Nee, die haben mich in die Dingens geschmissen. Die haben dich weggeschmissen. Die haben dich in die Gosse geworfen. Ja. In die Gosse. Die Leichen werden hier immer misshandelt. Die waren schlecht vom Grenz gewesen, aber ich war halt einfach lebend gewesen. Das war doof. Ah, jetzt geh doch dann durch. Boah, bist du nervig. Nein. Wenn ich sterbe, ist es alle. Wenn ich sterbe, dann weiß ich auch nicht, wer es war. Ist Crab schon tot? Ist Crab schon wieder? Okay, dann ist es wirklich... Anna hat ja die Shotgun, ey. Ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Kannst mal sehen. Warum ist denn der erste schon tot? Da komm schon wieder. Ich bin nicht tot. Wer ist tot? Wer ist tot? Ich bin doch gar nicht tot. Marv, ey wie weit bist du? Crab ist tot, was ist okay? Crab ist tot? Crab, woran bist du gestaubt? Crab? Ich, Anne. Crab ist hier allein. Alle da, du sollst auch noch da. Alle hier. Ist okay. Weihnacht. Ist hier irgendwo ne Waffe oder? Ey, hier wollte jemand die Tür schließen. Wo ist die Tür? Ich seh die gar nicht mehr. Oh Gott, ein Zug, ein Zug, bitte nicht. Ey, von der anderen Seite ist die unsichtbar, Marv. Wir fahren Züge lang? Ja. Ach stimmt. Hab ich vorhin auch gemerkt, man kann durch eine Wand durchlaufen. Kannst du gar nicht drauf rumlaufen. Mein Zug wäre dem es. Ein Hund im Büro. Hast du den Zug genommen? Mach die Tür zu, Marv, ich will hier umgestürzt. Ja, das ist übrigens One-Hit, also lauf rein, du bist tot, oder Marv. Ey, hier ist jemand ins Büro reingekommen, töte ihn. Horchi? Horchi ist tot und hat Marv. Lu hat er nicht gesagt zuletzt. D可是, Marv hat er gewißen. Aber er wollte automatisch sagen, customer vivre. Hör negro, Grances, Grances. Aber sei froh, dass du in der Disco, reh? D always for that of Marv, also no Disco, he? Wieso hast du grade auf Marv geschossen? ... Of To Marv? Marv hat geschossen. Auto Marv. Nein, er wollte. Er hat Auto Marv gesagt, dann hat irgendwie agora Final darauf verstanden. Automarv. Verstanden. Darugu. Wenn du jetzt beide stimmst, dann tut das mir Leid. Bist du Stefan Nephiast und Detective. protective together Flashbang. Das ist ne heilige. Es ist der Flashbang. Krabs ist schon tot. Flashbangen können sich nur Traitor kaufen. Bin ich tot. Liebe nach. Ist ja gestorben. Anne ist es, glaube ich. Oh, da wurde was passiert. Was ist passiert? Wie ist das von Anne? Das war ich nicht. Das war Dalu. Klingt sogar plausibel. Wer ist Paul? Wer ist Paul? Paul Siebel. Paul ist der Bachelor. Ich habe Reuchy gefunden. Paul ist der Bachelor. Reuchy wurde von Verdemys erschossen. Er schießt Verdemys. Er ist der letzte, den er gesehen hat. Was soll das denn heißen? Er hat dich zuletzt gesehen hinten im Eisenbahntunnel. Ich hoffe, dass es überhaupt nicht war. Ah, hier pumpt einer rum. Gramps pumpt rum. Hab ihn. Der Detective hat es mir aufgetragen. Er war doch nicht. Achso, Nefels war Detective. Dann hätte ich auch geschossen. Und Dalu hat nicht geschossen, Nefels. Obwohl er daneben stand. Ich bin da. Mit dem Eisenbahntunnel glaube ich nicht, dass da mehrere rumlaufen. Marv ist der andere oder andere. Sonst würde Dalu nicht mit den Fässern werfen, wenn er nicht Traitor wäre, Leute. Entschuldigung. Sowas macht Dalu nie. Dalu hat mich mit der Tonne getraitort. Ha, hier ist er. Wenn ich es wäre, wäre mir die Slow-Mo schon lange an. Jute Slow-Mo. Hallo! Ich bin hinter euch, Leute. Hier bin ich. War Vendemis nicht gerade tot? Lebt der schon wieder? Ne. Der ist tot bei mir im Scoreboard. Der ist noch tot. Jemand hat seine Identität angenommen. Töte ihn, wenn du ihn siehst. Wenn hier ein Vendemis rumläuft, baller ihn ab. Gleich abballern, dann, ey. Was übrigens voll intelligent ist, wenn der Traitor den, der von den zweiten Traitor annimmt. Wenn ihr irgendwo einen Craps rumrennen seht, dann auch schießen. Das ist der, ne? Der ist ja auch schon lange an. Was? Was? Nein! Ich bin nicht tot. Ich glaube, Vendemis gut versteckt. Echt? Wo hast du denn diesmal versteckt? Hier rennt eine Anne rum. Anne ist nichts, Leute. Ist er hier? Wäre voll lustig, wenn ich vergessen hätte, unten links hinzuschauen. Ja, aber hast du ja, Mann. Ich hätte ja, Anne, ich hätte dich jetzt töten können. Ich hätte dich jetzt schon längst töten können mit dem Fass hier. Ich finde, Vendemis ist gut versteckt. Ja. Grappst du jetzt so ruhig. Anne, hast du da gerade einen Raketenwerfer? Was denn? Ja, ich bin tot. Habe ich da gerade was? Hattest du da gerade einen Raketenwerfer in der Hand? Raketenwerfer? Ja, 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 das war ein Raketenwerfer. Hallo, was willst du mit der Leiche? Oh mein Gott, die U-Bahn ist eingestürzt. Hallo? Ich habe sie hier eingesperrt. Hallo? Ich glaube ihnen kein Wort. Er schießt ihn und fragt da. Nein, warte, 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 stopp. Wir legen sie an einem Ort, wo du sie nie wieder runterbekommen. Wo du sie nie wieder runterbekommen. Wurde sie nicht hin tun. Ey, ich war gerade im Traitor-Menü, Marc. Jetzt und ist weg. Da kommst du nie wieder dran. Hier raus. Ja, stimmt. Das ist meine Lebensaufgabe, Verdemis jetzt wieder hier rauszuholen. Jetzt hüpft er einem Zug rum und guckt nach oben. Ich habe immerhin Verdemis getötet. Also darf ich ihn noch wieder benlegen? Ich habe mit draufgeschossen. Nein, hast du gar nicht. Natürlich. Du hast nur geguckt. Ich habe mit Zug geguckt. Ja, Danu habe ich auch noch geguckt. Ich habe mit draufgeschossen. Mein Magazin war nur leer und ich musste nachladen. Als ob du vergisst nachzuladen. Ey. Wer hat da geschlagen? Stalu hat auf meinen Stuhl geschossen. Overtime beginnt, Leute. Das ist natürlich... Das ist so ein Annelding. Ah, da haben wir. Da ist einer M16 hier rum. M16 hatte Marv doch, oder? Mhm. Aber keine Diegel. Mhm. Hat er doch mal abgerufen zuletzt. Ja. Ne, weil wir... Weiß nicht. Was? Ah, du nehmst du noch. Aha. Das wird geschossen. Krabs? Krabs hat gerade auf mich geschossen. Ja, aber ich habe ja neben geschossen. Ich habe ja gesehen, dass ihr da seid. Ja, warum nicht? Wollten wir Action machen, weil dir nichts passiert. Geht mal weg von dem Raum hier. Geh weg. Geh weg. Wieso? Wieso? Die Fässer. Soll ich drauf schießen? Okay. Wo ist Dalu eigentlich? Hier im Zug. Spannend. Scheiße. Wer war es jetzt? Mann, Alter. Ich habe die nach Leben geschossen, ey. Ah. Außerdem habe ich die ganze Zeit versucht, den wiederzubeleben, obwohl er auf dem Dach liegt. Ja, das Geilste war ja, die stehen alle vorm Zug. Sehen, wie du da in dem Zug stehst mit dem Stick und versucht... Was ist hier passiert? Achso, der Ring, ja. Dem Crafts wieder. Achso, Time-Up. Alle brüllen, Marv war es. Und auf einmal heißt es doch, wer Demis war es. Mann. Ja. Ich habe versucht, dich da runterzuholen. Ich habe es gesehen. Aber du hast Heuchy erschossen, wer Demis war. Hast du dir versucht, einen runterzuholen? Mit dem Satz. Mit dem Satz. Wollt ihr nun Automarv war es? Oder Automatisch? Automatisch, ja, wollte ich sagen. War halt gut, dass Heuchy, wer Demis noch gesehen hat. Das sind Worte. Ja, ich war eigentlich schon... Ich dachte mir eigentlich, ich bin schon safe. Weil alle erstmal geboten haben, Marv, Marv hat er gesagt. Ja, das klang echt wie Marv. Und dann hab ich halt die Leiche mal gekauft. Es gibt so viel zu kaufen, ich wusste gar nicht, was ich mir kaufen soll. Aha. Es ist jetzt schön, es wechselt jetzt immer mehr ab. Guten Tag. Ja guck mal, der Dead Ringer wird gar nicht mehr immer gekauft. Ja. Es wird jetzt immer ganz viel anderen Shit geben. Jetzt kaufst du als Detective nur noch Stun. Na, ich hatte den. Ich brauch ein neues Intro. Alter ey. Wer war das denn gerade? Marv zieht seinen Kopf einen Millimeter an die Seite und es geht voll daneben. Was denn? Ich hab sogar vorhin auf dich geschossen. Ich hab sogar vorhin auf dich geschossen. Achso, mit dem Schuss. Ja, stimmt. Achso, er hat dich nach Recht, ne? Das war das. Ja klar, wieder auf dich geschossen. So, wie hat er? Hier hat einer einen Churiken geworfen oder was hast du? Da schießt jemand. Das ist so ein Dalu-Ding. Ja. Das ist doch Dalu. Das kann nur Dalu gewesen sein. Das kann nur ich gewesen sein. Wer dem ist, ist Dalu frei zum Abschuss oder? Eine hat mich im Anschluss? Das wird so an von mir. Tut mich nicht anders. Ist grad was explodiert oder hat mich einer angeschossen? Was ist denn, wie willst du das denn unterscheiden? Ist was explodiert oder hat mich wer angeschossen? Ja, weil, wenn was explodiert ist, würdet ihr es ja auch hören. Ja, aber wie? Oder hat mich wer angeschossen? Merkt man... Grans hat einen Nate hingelegt, übrigens, vor euch. Ja, weil ich denke, ich dachte, Craps hingen da fest. Ich wollte ihm nur helfen. Ich hing da nicht fest. Ich hab Musik gemacht. Ich hab mit dem Ding gespielt. Oh, ich hatte auch einen Nate in der Hand. Ich glaube, es ist ein Flashbang. Ja klar. Wow, was denn jetzt? Hä, wo ist er hin? Was geht da? Dalu? Jemand hat Dalu getötet, glaub ich. Ernsthaft? Hab ich ihn jetzt getötet? Ich hatte grad einen Diskriminator in der Hand. Es stand hier. Dalu vorher. Jetzt ist Dalu weg. Ich glaube eher, dass er einen Schaden bekommen hat, dass er einen Deathbringer aktiviert hat. Nein, da wäre ein Nebel gekommen. Nee, erst wenn er sich wieder... Nee, erst wenn du getroffen wirst. Erst wenn er wieder... Ich bin doch gar nicht tot. Wo bist du hin, Dalu? Ja, aber wahrscheinlich Dalu. Ja, da bist du. Du hast ja auch vor Panik gemacht, dann bekommst du weggelitscht oder sowas einfach. Noch ist mein Deathbringer nicht eingegangen. Ah, sorry. Crowbar-Test. Ja, kann man wieder ausmachen. Ja, können wir mal machen hier, Crowbar-Test. Nein, bitte kein Crowbar-Test. Okay, dann nicht. Ja, wo bist du denn, Dalu? Komm raus. Wenn Gänze nicht will. Das wäre jetzt unfair. HALT HIEFENZ! Warum ist da überall Blut in dem Raum? Erklär mir das! Erklär mir das! Er hat seine Tage... Er schießt! Da hat jemand auf mich geschossen. Da wurde geschossen, Marv was! Erklär uns das doch jetzt bei ihm! Ich mach gar nichts hier! Hey, das ist... Detektiv! Er ist in einem Raum, wo überall Blut war. Er ist auch angeschossen und kommt dann darauf... Er hat seine Tage einfach und will nicht sagen... Es war ein Unfall! Wo ist denn überall Blut? In dem Raum wo die Fässer sind, aber da hab ich mich nicht reingetraut, weil er ein Schießler hat... Wo? Irgendjemand hat die Fässer kaputt gemacht, wie ich daneben stand. Ist denn schon jemand mobbt, schon jemand tot? Nein! Noch nicht! Und wer weiß... Hier ist auch schon Blut! Bleist Grenz! Blut? Blut, hier ist Loot 3.0. Blut oder Blut? Blut! Blut! Weitest! Dauert so lange ist es ein bisschen Krebs! Die Anne, die bedroht mich! Krebs weiß wieder nicht, was ich kaufen soll! Ah, der hat schon wieder geschlossen! Horschi! Horschi hat grad geschossen! Horschi was? Nein, hast er nicht! Du zeigst dir mal einen Scheide hier mal was! Ich hab voll das Magazin! Wir haben doch... Gebt die Waffe auf die Zeit doch nicht weg! Ich hab voll das Magazin! Ich hab voll das Magazin! Haaaah! Vielleicht ist in Panik! Danach schießt! Panik einfach! Einer geschossen! Anne! Anne hat mich angeschossen mit der Shotgun! Ja, jetzt! Da schießen alle heute, oder? Ich hab alle direkt abgeballert danach! Aber alle ist das Ding! Oh, 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 oh! Oh, es ist Dalo! Es ist sowas von Dalo! Marf, 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 Marf! Marf, Marf, Marf! Marf, 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 Marf! Marf, 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 Marf! Marf, 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 Marf! Nimm mal weg, nimm mal weg, nimm mal weg! Nimm mal weg, nimm mal weg! Ich mach mal nicht! Marf, Marf! Okay, er ist tot! Ich check ihn! Juhu! Du! Kommt das jetzt immer wieder runter? Ja, Demis! Die Bullet Time fand richtig gut! Hast du den Goldenen, wer Demis? Ja! Von wo hast du geschossen, wer Demis? Der stand in nem Raum! Ich dachte auf der anderen Seite des Raums! Warst du der, der ich in den Rücken geschossen hab? Ja doch, doch! Ja genau! Dann ging die Bullet Time an, in dem Moment, wo ich mich umgedreht hab, und dann konnte ich in Ruhe zielen! Aber vor allem so ne Slowmo, und ich hab einfach mal für Demis den Hut verkauft! Boah, aber Anna hat wieder einfach geschossen, ey! Nee, weil du mich getötet hast! Da war ein Schuss in dem Raum! Ich geh rein, du stehst da so! Ja! Ja, genau! Aber es war keine Leiche, kein Blut, kein gar nichts! Das hat Anne schon gut gemacht! Ja, aber du schießt da halt! Anne schießt hundertmal in der Gegend! Wer jeder, der jetzt in der Gegend rumschießt und den nicht dann sehen, der schieß ich jetzt! Nein! Doch! Es hat jemand gesagt aufgehört zu reden! Ja, ich war das! Ja, und das mach ich auch noch dazu gerne! Kein Problem! Ha! Und Peng! Da hat aufgehört zu reden! Ey!